Ja, Freunde, nach einer kleinen Pause habe ich erst mal an dieser Stelle weitergemacht. Ach, Quatsch, so, ich erzähl ein Schrott. Ach, hey, nach einer kleinen Pause, um mich mal zu beruhigen gerade, um dann noch mal easy und... So, machen wir es nochmal. Und los geht's. Hinten haben wir voll, reden wir direkt hier rein. Mal auf da, ich will da rein. Ein Tritt, Schwerelosigkeit. Oh, das war einfach. So, wo sind jetzt die drei Viecher? So, ich mach eins haben wir hier. Neuladen. Oh, da fliegt das mal hinter uns her hier. So, einer mal noch. So, komm mal ein bisschen hin und her laufen, hier. Hat das Ding da reingeflogen und dann zerfetzt, oder was? So. So, ruhig, aber dann. Bakabayashi. Ja, und jetzt mal. Hier, hier. Aber jetzt, wo lauf ich denn jetzt? So, äh, ne, ausrichten. So. Ja, dann bleib doch nicht 50 Jahre lang stehen, du behinderter Affe. Entschuldigung, da hab ich geschrien, weil die Viecher sind manchmal. So, wo ist ein anderer Ding? So, da haben wir auch. So, wir sind erst mal wieder unter der Decke, wir müssen erst mal auf die andere Seite. Oh, und zwischendurch, yes-ah. Gut, dass wir noch Luftkanister hatten. Ma, aber das will ich jetzt keinem mehr. Doch, wir haben noch einen, auch immer einen kleinen, oder? Wo, das haben wir uns erst mal, yes, das machen wir uns erst einmal voll. So, ja, okay, jetzt, äh, warte mal, ii, ii, warte mal ii, ii, escape, gut. Und willst du denn, dass wir jetzt schon, hä? Ein, oh, eine haben wir vergessen. Ach, was mach ich denn? Krieg ich das nicht? Ach, scheiße. Frei. Ja, das ist klar. Mein Vorbeiflieg eingesammelt. Sessel. So, dann haben wir aber acht, okay. Achtung. Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. Ja. Das ist schön, den Club noch mal verlassen, den wir uns erst platt gemacht haben. Ja, das haben wir uns aber, hola. Jawoll. Und? Ach, da sag mal raus. Mal leben auch die Tür wieder. So, was raus, mal die Stase wieder voll machen. Mal auf hier, in der Spiegellosigkeit. Wunderbar! Oh, jetzt müssen wir wahrscheinlich dazu sein Kontrollzentrum, wo wir waren, um uns einen Knoten zu holen, da. Ja Freunde, so ist das hier. Eins zum anderen. Endlich haben wir es. Endlich geht es weiter. Boah, holen wir auch Zeit, Mensch. So, wo kommen diese Dinger denn jetzt? So, wir müssen, äh, warte mal, ich glaube, das ging jetzt. Hier rum. Ah. So, und dann hier rein. Das Abendessen wird in 10 Minuten im Speisesaal serviert. Äh, cool, dann schaffen wir es ja nur rechtzeitig. Ich krieg sowieso gerade Hunger. Ich hab vorhin gerade erst gefrühstellt, aber ja. So, den haben wir drin. Ja, vor allem, wir sind immer im Fahrstuhl hoch. Ne, Leute, ne, auch wenn ihr nicht ganz für Nito Speed World seid, ich tue es bis, von Anfang, bis es aufhört, also jetzt 17. Juli, wenn ich es natürlich, wenn ich es jetzt play. Äh, äh, ich wollte da doch gar nicht nach unten. Und, äh, ja, ich hoffe doch, ihr habt viel Spaß jetzt mit, äh, Metro 20. Kannst du mir immer sagen, was du hier vorhast? Was hab ich denn jetzt genommen? Oh, ne, wollte ich doch, wollte ich doch gar nicht. So, und dann oben. Ja, ich hoffe, 20, 30 Meter überfällt euch. Ihr habt da viel Spaß dran. Ja, und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal fleißig kommentiert oder Likes da lasst und, ähm, ja, das würde mir einfach sehr gut gefallen, ne, würde ich mal sagen. Und, ähm, spielen wir weiter. Ja, ja, ich bin auf jeden Fall, ich hab ein Nito Speed World angefangen, ich werde das auch zu Ende spielen, mit musikalischer Unterstützung, ja, klar, ist doch, ist doch Logo. So, ich denke, wir müssen zu diesem, zu dieser komischen Anzeige, da siehst du, da steht was mit aktivieren, wo wir schon mal einen Meter zurück, dann sehen wir das, so. Ladung 8772 starten. Ladung 8772 gezündet. Der Sender ist unterwegs. So, das Ding ist. So, das Ding ist... Ich denke, ich habe noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu. Als ob alles in Ordnung wäre. Okay. Der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht machen. empfangen alles klar und und so müssen wir jetzt wieder hier kämpfen passt mir ja gar nicht ja er ist voll reingelaufen so Quarantäne aufgehoben ich finde die Knarre ist Hammer umso näher man reinkommt so besser macht es auf jeden Fall ist gut dass wir da wie heißt es jetzt so schön wir haben zwar eine Kleinigkeit abgekickt aber wir haben dafür wieder Heilung gekriegt was willst du mehr wechseln wir auf das kleine nette Dinge näher guck mal wie viel haben wir denn wie viel Magazin haben wir denn davon haben wir nur noch 335 und so viel dann nehmen wir mal die davon haben wir schon mehr Munition so wir müssen noch gehen ja alles klar Fahrstuhl ich kann unter den Helm kommen aber man sieht nicht viel gar nicht so wollen wir auch ein bisschen Munition ja so alles klar mit müssen wir hier auch sa bin wir das land Fahrstuhl, und, man geht's jetzt hin? Sag mal, äh, Wartung, H, B, C, D, ich denke mal, ich gehe mal nach dem Alphabet. Fahrstuhl, können immer gefährlich werden. Falsch? Hm, fahren wir da hin. Hm, ähm, ja, keine Ahnung, wo das Ding uns jetzt hinhaben will. Fahr, Schulfahr, Fahrschule. Ne, noch eine Höher, okay, fahren wir ein Höher, kein Problem. Das kriegt ein Fahrstuhl, zack, fahren wir noch ein. Ach, guck mal, da ist es nicht. Alter Schwede, kommt da, Dinge nach reingeflutscht, wie so, was war das? Was war das, Herr, was zu sehen? So. Oh, gut, dass wir die Knarre noch hatten, jetzt. Scheiße. Wie scheiße. Du bist hier noch eingegriffen, ey. Wie schlammern wir denn noch von her? Ja, nicht mehr viel. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. 100, 100, 100, das ist ziemlich wenig. Dann, ne, nicht da, so, dann messen wir mal auf die hier. So. So. So, gut. Speichern wir mal ab hier. Oder, ey komm, wir gehen erst mal in Shop. Hier war doch in Shop. Shoppen. Wir gehen shoppen. Was haben wir denn, was wir loswerden können? Äh, das ist Medipack, Medipack, Medipack können wir in, äh, genau, Ripper klingen. Tun wir auch speichern. Ich tu das auf jeden Fall nicht verkaufen. Da befindet man ja auch mal ein bisschen genug Geld hier im Spiel. Wollte tausend eine Knotenummer. Viermal Ripper, oh, Ripper klingen. Ich bin ja nicht im Inventar. Hä? Stasepack. Zack. Safe. Was wir nicht kaufen brauchen, ist schon mal gut. Safe. So. Strahlmusikion. Impulsprojektile. Jetzt haben wir Ripper klingen. In safe. Machen wir noch mehr von. Ja komm. Machen wir noch mal in safe. So. Und. So. Das sieht doch mal gut aus. Das sieht doch mal gut aus. Wir haben jetzt 300. Oh komm. Habe ich mit laufen vertan. E und W. Und E und Je. So. Inventar. So. Einmal in safe. Impulsprojektile. Da haben wir auch. Guck mal. Da haben wir genug. Und dann kommen. Ey. Wir haben schön gespart. Oh. Schön. Das geht wieder gut. Kohle. Wenn wir inzwischen schon mal was speichern. Da können wir uns mal hier richtig eindecken lassen. So. Offen haben wir hier nix. Achso. Wir wollten jetzt speichern. Damit wir hier weitermachen können. So. Komm her. Achso. Achso. Gib mal lieber die Mösch. Mama. Gib die Mösch. Gib die Mösch. Dann haben wir mal hier rein.